Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Life is Strange. Wir sind wieder in der Vergangenheit und wir sollen eigentlich dafür sorgen, dass die Dinge alle nicht passiert sind. So, wir suchen erst mal nach der Nummer von David. Da ist nichts dran. Okay. Muss ich mir das jetzt aufschreiben oder macht er das jetzt automatisch? Das ist jetzt die große Frage. Mann. Ich schreibe mir die Nummer vorsichtshalber auf, weil bei denen weiß man ja nie. So. Die Nummer habe ich und nun Handy. David wann. Okay. Okay. Die Vergangenheit in der Vergangenheit. Okay. Mein Handy ist platt und mir ist langweilig. Zeit für Poesie. Warum gab ich das Wort für das Bild auf? Weil ich kacke bin. Aber Mark Jefferson ist klasse. Alle hier lieben ihn. Aber er scheint sich nur für Max C zu interessieren. Ich will sie hassen, aber es wäre ihr egal. Neid ist eine Sünde, Vic. Krieg dich wieder ein. Okay. Okay. Okay, die Frage ist nur, wie? Markierung? So, sonst kann ich aber nichts machen, außer mit denen sprechen. Weil raus kann ich nicht, so wie es aussieht. Hi, Kate. Oh. Hey, Max. Kate. Listen to me. I am. Always remember that you're not alone. I've got your back no matter what happens. So do a lot of other people. We all care. We're all here for you. You need to know that. Max, that makes me feel so blessed for the first time this week. I, I don't know what to say. That's okay. Neither do I. Maybe we could both use a hug. Thanks. You always know the right thing to do. Ja, das wollen wir mal hoffen. Um. Um. Victoria. I'm sorry you have to stand next to that psycho. Mr. Jefferson? We need to talk. Can you see I'm talking to Mr. Jefferson now? Yes, I see. But maybe you shouldn't. Uh, and why not? Hold on, Victoria. Are you okay, Max? I will be when Victoria understands that hiding behind me is a good thing. Behind a screen, posting videos of people is incredibly cruel and unfair. You're smart enough to know how easy it is to hurt somebody. To destroy their life. I just want you to think about how much it would hurt if somebody did that to you. You can always make the right choice, Victoria. I know you've got a good heart. I've seen it. Listen, I... I didn't... You don't have to explain. There's no reason for you to be so insecure that you can't be happy with your own talent. Wouldn't it be better to lift people up than to bring them down? You could inspire people. Okay. Hey, I don't know what you're talking about now, do I, Mr. Jefferson? I think I should stay out of this one, Victoria. Then I guess I'm done talking. That's okay, too. That was kind of random, Max. What did you mean? Here's my photograph for the Everyday Heroes contest. Oh. Uh... That was easy. No. It wasn't easy at all. Well, I, uh... I can't prejudge yet, but I'm very happy you decided to enter. That means a lot to me. And Blackwell, the first step for any artist is to put themselves out there in the world without fear. To be... Innocent. Or guilty. Well, thanks for the photo, and... Maybe both of us will be jet-setting to San Francisco this Friday. Or maybe only one of us will be going. Don't be so modest, Max. Anything can happen in a week. As you're going to find out, Mr. Jefferson. Okay. Yes. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich würde sagen, das war jetzt mal echt einfach. Ich hoffe, ich habe alles gut gemacht. Ich habe es geschafft, diese Zeit. Okay, das macht mir jetzt etwas Angst, dass wir trotzdem noch weiterspielen können. Es ist so weird, zu sein zwischen Realitäten. Alles ist aus dem Fokus und in der Distanz. Ich kann es warten, Lennon, Frisco. Wir sind bereits in San Francisco. Ich bin so stressed, aber ich bin so excited, auch. Ich muss sagen, ich liebe dich, zu bezeichnen. Ich liebe dich, zu bezeichnen, zu bezeichnen. Helden des Alters. Na, das ist ein Mauszeiger. Two Moon Diner. Inmitten all des Umweltchaos in Arcadia Bay, wie Schneefall außerhalb der Saison und gestrandete Wale, berichteten Einwohner gestern Abend gegen 20 Uhr zwei Vollmonde gesehen zu haben. Zeugen gaben an, dass die doppelten Monde klar am Nachthimmel zu erkennen waren, bis nach kurzer Zeit Wolken aufzogen. Es Ausbleiben von Video- oder Bildaufnahmen veranlasste örtliche Meteorologen zu der Annahme, dass die Vorstellungskraft aufgrund des neuen Öko-Chaos übersteuert. Blackwells Sicherheitschef entdeckte Bunker und Skandal. Im Verlauf der Untersuchung diverser Hinweise von David Metzen, Sicherheitschef an der Blackwell Academy, fand die Polizei am Dienstag eine bizarre Kammer im Untergrund, die angeblich von Lehrer Mark Jefferson und Schüler Nathan Prescott benutzt wurde. Junge Frauen unter Drogen zu setzen, zu entführen und zu fotografieren. Obwohl an den Opfern keine weiteren Anzeichen physischer oder sexueller Gewalt festgestellt wurden, schockierten diese Enthüllungen das beschauliche Städtchen Arcadia Bay. Selbst gegen Seam Prescott, einflussreichster Geschäftsmann der Umgebung, wird jetzt wegen seiner Rolle als Besitzer der Scheune, unter der sich die Hightech-Dunkelkammer befand, ermittelt. So. Oh, I haven't seen Hot Dog Man in forever. Chloe and I used to totally play the video game and watch him all the time. When we were innocent. Please fasten your seat and stow any electronic gear until the plane is on the ground and at the gate. Thank you. We're starting our descent in a few minutes. It's a beautiful day in San Francisco, with clear skies and cool 60 degrees. We hope you enjoyed your trip, and we thank you very much for choosing Pacific West Air. Come fly with us anytime. I don't think so. I'm hoping these airline seats get smaller, so I won't have to fly it all anymore. Ja, das ist schon mal... Nicht schön. I'm so stressed, but I'm so excited, too. I bet this is a nice break for Principal Wells. After all the damage control he had to do this week at Blackwell. Please, Lance. How did you sleep? Hope I wasn't snoring out loud, Max. Just a bit. It's been a tough week at Blackwell. So I hope you'll forgive me. Between Mr. Jefferson and Prescott's, things have been hectic, to say the least. I totally get it, Principal Wells. That's a smart way of telling me to stop whining. We are proud of you for representing Blackwell at the Everyday Heroes Contest. I know I'm not exactly the guide you wanted in San Francisco, but we all want you to have a great experience here. I already am, and we're not even there. Oh, Christ. Another nosebleed? Max... You're not just screwing around with time. You're not just screwing around with time. You're not just screwing around with time. San Francisco ist so cool. Und die Galerie ist großartig. So ist der Buffet. Wenn ein Event skimps auf die Food ist, dann weiß man es ein bad Event. Als ich nicht mehr zu essen, Kaviar. Das ist dein Tag, Max. Du kannst alles, was du willst. Ich hoffe, dass du aufhörst von deinem Status und sprichst mit so vielen Influenzialen Menschen hier wie möglich. Work die Rune. Ich weiß nicht. Ja, das stimmt. Ja, das will ich doch mal meinen, ne? Also es tut mir leid, aber ich habe so dermaßen was im Hals. Wow, Sir. Ein Danny Lee-Artikel. Ich mag meine obsessive Liebe für die Bucht und ihre Außenposten an Künstler und Dissidenten erklären. Trotz des rapiden Gentrifizierungen florierenden Künstler und Erschaffer entgegen allen sozioökonomischen Drucks, denn genau das ist ihr Markenzeichen. Galerien wie Zeitgeist und Milkovic-Fashion arbeiten mit diversen Gemeinschaften zusammen und praktizieren, was andere Mäzene nur predigen. Ja, wird auf der nächsten Seite fortgeführt, wie immer. Da können wir nicht rein. Okay. Okay. Okay, von Blade Runner bis zu den Tributen von Panem. Okay, verstehe. Gut, dann gehen wir mal, noch nicht direkt nach oben. Ja, das ging doch viel einfacher und schneller, als ich gedacht hatte. Ich meine, wenn die mich schon alle kennen, dann ist ja die Kontaktaufnahme super und super einfach. Ach, gute Ahnung. Keine Ahnung. Danke schön. Okay. 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 Äh, jetzt. Okay. Hallo. Darf ich das auch mal runterziehen? Seh mal. Hey, I love your shot. I just wanted to say congratulations and I hope you get a lot more attention. Bad exposure. Bad training. Bad training. Das hat ich nicht gesprungen. Ja, das ist auch schon gekostet. Oh, you left the ringer off, idiot. Oh, come on. Please answer. Max, holy shit, man, your vision. It's true. You saw the tornado. It's coming. What? Oh, no. Chloe, where are you? I'm so fucking scared. I'm by the beach. Chloe, can you hear me? Hello? Hello? Oh, my God. The tornado was real. Oh, I didn't fix shit. Chloe will die. Arcadia Bay is going to be destroyed. There has to be a way to stop this. For good. Das heißt dann, ich muss mich jetzt auf meine Bilder konzentrieren. Oder auf mein Bild. Nehme ich mal an. Wo war denn das jetzt? Wo war denn das jetzt? No fucking way. Chloe can't die again. I have to save her. Excuse me. I'd love to ask you a few questions about your... Ah! Sorry, but... Oh, shit. Oh, my head. What is going on now? It feels like reality is breaking apart. What am I doing to time? Um, okay. My previous time, I just have to make one simple change, so I won't end up in San Francisco. Simple. Sorry, San Francisco. Chloe comes first. the rest. I don't know. � You've heard of me, right? Vielen Dank.